Hallo liebe Freunde der Schachsports, in diesem Video schauen wir uns eine Partie aus der ersten Runde des Kandidatenturniers an. Das wohl zweitwichtigste Turnier des Jahres nach der Schachweltmeisterschaft, denn in diesem Kandidatenturnier geht es darum, den Herausforderer von Magnus Carlsen zu ermitteln. Ein wahnsinnig starkes Feld. Anish Giri, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Levona Ronjan, Peter Sviedler, Sergei Kayakin und die beiden Spieler, die wir in diesem Video sehen werden, nämlich Vichy Arnand, der Ex-Weltmeister, gegen einen anderen Ex-Weltmeister, Veselin Topalov. Die beiden ältesten Spieler im Feld, Vichy Arnand, schon 46 und Topalov auch schon die 40 überschritten. Die beiden kennen sich gut, hier sehen wir die Ergebnisse im direkten Vergleich, hat Arnand knapp die Nase vorne, der auch schon einen WM-Kampf gegen Topalov gewinnen konnte. Arnand gilt bei vielen nicht als Favorit, dieses Turnier zu gewinnen, aber er hat das letzte Kandidatenturnier gewonnen und sich damit für ein Match gegen Magnus Carlsen qualifiziert, was er allerdings verloren hat. Und in dieser ersten Runde werden natürlich schon ein bisschen die Weichen gestellt, mit wem wir vorne rechnen können und mit wem nicht. Topalov zuletzt nicht besonders aktiv hat, selber erwähnt, dass er gar nicht sicher war, ob er überhaupt teilnehmen wollte an diesem Kandidatenturnier, sagt, er spielt auch nicht gerne in Russland, aber er ist angetreten und muss sich mit Vichy Arnand, mit Schwarz auseinandersetzen. Arnand greift zu E4, wie meist gegen Topalov und Topalov greift zur solidesten Variante, die es gibt, nämlich dem Zug E5, hat also keine Lust auf eine Neidorf-Diskussion, sollen wir es in der ersten Runde etwas ruhiger angehen lassen. Sprenger F3, Sprenger C6 und Läufer B5, soweit keine Überraschung von Arnand, die spanische Partie. Und Arnand bleibt auch seiner Hauptwaffe treu, der Berliner Mauer, die wohl so ziemlich jeder Top-Spieler im Repertoire hat heutzutage, der Zug Sprenger F6. Arnand spielt D3, hat keine Lust auf das Endspiel, das sich in der Trochade ergeben würde, was wir, ich vermute, ist keine zu gewagte Prognose, in diesem Turnier auch noch zu sehen kriegen werden. Aber D3 heutzutage ein sehr populärer Zug, um die Figuren auf dem Brett zu lassen und diesen bei uns verteidigen. Läufer C5 ist hier ebenso der Hauptzug und jetzt trennen sich die Wege. Hier hat Weiß drei Möglichkeiten, den Zug C3, den Zug Läufer schlicht C6 und den Zug Kurz-Rochade. Arnand hat mit allen sehr, sehr viel Erfahrung. Dieser Partie greift er zur kurzen Rochade, hält sich die Möglichkeiten offen und Topalov spielt den Zug B6. Sehr natürlich, aber Kurz-Rochade erlaubt Schwarz eine Möglichkeit, die zuletzt populär war, nämlich den Zug Springer nach D4, um sofort diesen Springer abzutauschen gegen diesen Springer. Und ich hätte sehr interessiert zu sehen, was Arnand hiergegen in petto gehabt hätte. Aber Topalov greift zu einem ebenso normalen Zug, dem Zug D6. Und jetzt spielt Arnand C3, nimmt das Feld D4 unter Kontrolle und bereitet gelegentlich auch D4 vor. Alles noch wohlbekannte Theorie, ebenso kurze Rochade, Springer BD2. Und Topalov spielt den Modezug an dieser Stelle, mit dem er auch schon von der anderen Seite des Bretters Erfahrung hat, nämlich den Zug Springer nach E7. Die Historie dieser Variante ist, dass Schwarz früher hier A6 spielte und nach Läufer A4 ist bei ihm alles in Ordnung. Aber dann fingen die Weißspieler an sich an, Läufer schlicht C6 zu versuchen und nach B schlicht C6. Scheint es, dass Weiß Chancen hat auch Vorteil mit langsamen Plänen wie Tor mehr 1, Springer auf 1, H3, Läufer nach E3. Das haben Magnus Carlsson und Peter Swiedler und andere Topspieler wiederholt mit Erfolg gespielt, auch wenn die Variante aus schwarzer Sicht keineswegs tot ist. Ein Alexander Grischuk schwört nach wie vor auf den Zug A6. Aber weil die Schwarzen damit nicht zufrieden waren, griffen sie zu dem Zug Springer E7. Es ist sehr typisch, diesen Springer umzugruppieren und ihn nach G6 stellen zu wollen. Der Springer auf C6, traditionell das schwarze Sorgenkind in diesen Strukturen. Das hat aber den Nachteil, dass Schwarz das Zentrum aufgeben muss. Denn Weiß spielt den Zug D3 nach D4, jetzt wo der Springer das Feld nicht mehr kontrolliert. Und Schwarz muss sich auf D4 bedienen, um nicht den Bauen auf E5 zu verlieren. Nach E schlicht D, C schlicht D, Läufer nach B6. Hat sich damit die Situation im Zentrum erstmal geklärt. Weiß hat ein schönes, volles Bauen im Zentrum mit diesen beiden Jungs auf D4 und E4. Aber Schwarz wird versuchen, das zu unterminieren. Entweder durch Figuren spielen mit Läufer G4 oder indem er selber D5 spielt und Weiß zu einer Erklärung zwingt. Das alles ist noch wohlbekannte Theorie. Ebenso der nächste Zug von Arnan, Torme 1, überdeckt vorsorglich den Bauern E4. Und auch dieses Feld, damit Schwarz nicht auf dumme Gedanken kommen wie D5, E5, Springer nach E4. Aber es erlaubt die Fesselung Läufer G4, was indirekt den Bauern D4 angreift. Worum Weiß sich jetzt kümmern muss. Das tut Arnan mit dem Zug H3, zwingt diesen Läufer zu einer Erklärung. Der Läufer möchte natürlich nicht auf F3 schlagen, sondern er geht nach H5 und behält die Fesselung aufrecht. Und jetzt kommt der erste neue oder jedenfalls selten gespielte Zug in dieser Situation von Arnand, der sich natürlich auf diese Variante vorbereitet haben wird. Er spielt den Zug A4. Damit weicht er unter anderem von einer Vorgängerpartie von Topalov himself mit den Weißen Steinen ab, in der Topalov, wie auch der Rest der Elite-Spieler, in der Vergangenheit den Zug Dame B3 spielte, um sich hier zu entfesseln. Die Drohungläufer schlägt D4, wenn es so eine Drohung ist, zu parieren. Und Schwarz zu fragen, was er eigentlich vorhat. Aber die Praxis hat gezeigt, dass Schwarz jetzt nach D5, E5, Sprenger D7 ganz vernünftig steht, kann den Durchbruch C5 planen. Und Weiß hat hier nicht wirklich ein Rezept gefunden. Die Dame auf B3 steht auch nicht optimal. In Topalovs besagter Partie gegen Caruana geschah zum Beispiel A4, A5. Und jetzt der sehr merkwürdig aussehende Damenrückzug, Dame nach D1, was schon zeigt, Dame auf B3 stand vielleicht nicht so toll. Daher hier Anans Neuerung, der Zug A4 sofort lässt die Dame auf D1. Er vertraut darauf, dass Schwarz sich nicht auf D4 bedienen kann, weil Weiß jetzt G4 spielen würde, damit diese Fesselung durchbrechen und gleichzeitig zwei Figuren angreifen, sodass das nicht möglich ist. Gleichzeitig droht A4 mit A5 diesen Läufer weiter zu befragen und es zwingt Schwarz zu einer Erklärung, wie er die Situation am Damenflügel handhaben möchte. Topalov spielt den logischen Zug A6, räumt das Feld für den Läufer und befragt gleichzeitig den weißen Läufer. Nach A5 sehen wir schon, hat Weiß die Dame nicht nach B3 stellen müssen und hätte deshalb einfach deutlich Zeit gewonnen im Vergleich zur eingangs erwähnten Partie. Daher A6, der Läufer zieht sich den ganzen Weg nach F1 zurück. Man könnte ja sicher auch über andere Züge diskutieren, wie Läufer E2 oder Läufer D3, aber Läufer F1 ist sehr harmonisch. Schwarz kann immer noch nicht auf D4 schlagen und muss jetzt erklären, was er vorhat. Topalov, der hier wahrscheinlich überrascht war von Arnands Idee A4, spielt einen nicht sehr verpflichtenden Zug, was praktisch, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung ist, weil er damit Arnand auch aus dem Buch bringt, nämlich den Zug Turm nach E8. Ich vermute, Arnands Vorbereitung basierte eher auf direkteren Zügen wie Springer nach C6, was diesen Ball angreift, wonach Weiß sich überlegen kann, ob er D5 spielt oder E5, beides sehr interessant. Oder auch dem Zug D5, um die Situation im Zentrum zu klären. Ich vermute, dass Arnands Idee war, hier einfach E5 zu spielen und wieder davon zu profitieren, dass seine Dame sich nicht auf das komische Feld B3 gegeben hat. Daher also Turm E8 von Topalov behält sich erstmal alle Optionen offen, erlaubt damit Arnand mit A5 weiter Raum zu gewinnen. Was dieser tut, Läufer schlägt D4 immer noch nicht gut wegen G4. Deshalb muss der Läufer sich zurückziehen nach A7. Jetzt entscheidet Arnand sich doch für den Zug Dame B3, allerdings mit konkreten Ideen, weil diesmal im Unterschied zur vorher genannten Stellung der Bauer auf B7 attackiert ist und Weiß sich früher oder später eben doch aus dieser Fesselung begeben musste. Es gab ja auch Alternativen. Dame nach A4 ist zum Beispiel ein Zug, der aus dem Frage kam. Um ein Auge auf den Bauern D4 zu behalten. Ich bin gespannt, ob er noch mehr Beispiele zu dieser Stellung in der Praxis sehen will. Dame B3 wurde gespielt und Topalov lässt sich jetzt nicht zweimal bitten, spielt sehr direkt. Er hätte auch einen passiven Zug wie Turm B8 spielen können, um den Bauern zu verteidigen, aber das ist nicht sein Stil, wenn es nicht unbedingt sein muss. Deshalb geht er direkt zum Gegenangriff über, spielt Springer nach C6, greift den Bauern D4 an und hat dabei natürlich einkalkuliert, dass ihn das eventuell diesen Bauern kosten kann. Arnand spielt D5 schon mit der Idee, erst seinen Bauern in Sicherheit zu bringen und sich dann auf B7 zu bedienen. Auch hier gab es wieder Alternativen. Turm A4 zum Beispiel ist ein Computervorschlag, um diesen Bauern zu decken und sich alle Möglichkeiten offen zu behalten. Vielleicht mit weißem Vorteil, aber völlig festlegen kann ich mich da noch nicht. Dazu verstehe ich die Stellung nicht gut genug. D5 vorher gespielt und jetzt wird es sofort konkret. Topalov spielt Springer nach D4, zwingt den Weißen zu diesem Abtausch. Springer schlägt D4, Läufer schlägt D4 und Arnand bedient sich gierig auf B7, was konsequent ist, gerade um den vorherigen Zug D5 zu rechtfertigen. Wenn Schwarz hier Zeit bekommt, um zu gruppieren, zum Beispiel diesen Springer hier rüber zu bringen, hätte er eine ziemlich bequeme Stellung. Der weiße Raumvorteil spielt keine so große Rolle, weil die schwarzen Figuren da aktiv sind. Daher spielt Arnand konsequent, aber riskant. Wir wissen, der Bau auf B7 ist immer vergiftet, außer wenn er nicht vergiftet ist, den Zug Dame schlägt B7. Und jetzt muss Topalov zeigen, was er für den Bauern hat und er reagiert sehr, sehr stark. Nämlich mit dem Zug Springer nach D7, was den Weg für die schwarze Dame räumt nach H4 oder F6 und natürlich auch dem Springer erlaubt, sich auf sein Idealfeld C5 zu begeben. Arnand spielt als Reaktion einen natürlichen Zug, der von Computern aber nicht gut geheißen wird. Daraus können wir schließen, dass Arnand hier nicht mehr in seiner Vorbereitung war. Er spielt den Zug Springer nach C4. Der Computervorschlag ist, glaube ich, keiner, auf den ein Mensch kommen würde. Der Computer schlägt hier Turm nach A4 vor, was man auf den ersten Blick sofort verwerft wegen Springer nach C5 mit Doppelangriff auf Turm und Dame. Aber der Computer setzt die Variante fort mit Dame nach B4 und sagt, dass nach Springer schlägt A4, Dame schlägt D4 weiß, sehr, sehr gutes Spiel für die geopferte Qualität hat. Und dass das der beste Versuch gewesen wäre. Aber Turm A4, wie gesagt, ist kein Bezug, den ein Mensch in Betracht ziehen würde. Springer C4 ist sehr logisch, überdeckt den Bauern B2, bereitet vor, diesen Läufer rauszuziehen. Wahrscheinlich nach E3, um den starken schwarzen Läufer zu befragen. Aber es hat den Nachteil, dass er sich nicht wirklich um die zurückgebliebene Dame auf B7 kümmert. Und das nutzt Topperlauf aus mit dem Zug Springer nach C5. Jetzt zeigt sich die Dame schon nicht mehr so viele Felder. Und würde sie nach B4 gehen, gäbe es sofort Probleme, weil schwarz jetzt Turm B8 spielt. Hier nachtritt. Die Dame kann nicht gut nach D2, weil dann die Springergabel Springer B3 folgt. Und sie kann auch nicht besonders gut nach A3, weil jetzt Turm B3 folgt, die Dame nach A2 zwingt. Und mit all diesen Figuren so weit weg vom Hauptschauplatz hat schwarz hier schon mehrere vielversprechende Möglichkeiten. Am brutalsten ist Läufer schlägt F2, König schlägt F2, Dame H4 Schach und der Turm auf E1 fällt. Daher muss die Dame nach Springer C5 auf ein anderes Feld, nämlich nach C6, was auf den ersten Blick auch nach einem ruhigen Plätzchen aussieht. Aber auch auf C6 sehen wir, hat die Dame nicht besonders viele Felder und ist etwas ab vom Hauptschauplatz des Kampfes, wo auch immer dieser ist. Aber sie ist weit weg vom eigenen König, weit weg von Feld B3, weit weg vom Bauern E4. Also die Lage ist hier sehr, sehr kompliziert. Weiß hat einen Bauern mehr und dieser Bauern neigt zur Schwäche, aber schwarz hat konkrete Möglichkeiten. Und Topalov geht hier an den zwei besten Möglichkeiten vorbei. Die brutalste und absolut in seinem Stil liegende wäre wieder das Läuferopfer, Läufer schlägt F2. Weiß muss wegnehmen, König schlägt F2 und hier Dame H4 Schach. Um jetzt nicht diesen Turm zu verlieren, müsste Weiß G3 spielen. Schwarz schlägt munter weiter, spielt Springer schlägt E4 mit Schach wieder. Die einzige Chance ist Turm schlägt E4. Wir bauen G3, kann man nicht abgeben. Und Dame schlägt E4. Wonach Weiß materiell gut dabei wäre mit zwei Figuren gegen einen Turm. Aber sein König steht sehr, sehr weit offen. Und wie gesagt, die Dame auf C6 ist immer noch weit ab vom Schuss, sodass diese Stellung, denke ich, auf jeden Fall leichter zu spielen für Schwarz ist. Und wahrscheinlich auch besser für Schwarz. Computer spuckt Varianten aus wie G4, Dame E1 Schach, König G2, Läufer nach G6, droht ein Schach hier. Und wenn das pariert wird mit Springer D2, kann Schwarz sogar weiteres Material abfahren mit Turm E2 Schach. Und das Ganze ist sehr, sehr gefährlich für Weiß und der Computer gibt dem Schwarzen hier Vorteil. Aber Topalov geht an dieser Chance vorbei, dem Zug. Läufer schlägt F2. Und er geht auch an der anderen Chance vorbei, die er an dieser Stellung hatte. Eine sehr verdeckte, aber nichtsdestotrotz sehr hübsche Idee. Nämlich der Zug F6. Fragt man sich auf den ersten Blick, was soll das? Aber dann erinnern wir uns wieder daran, diese Dame ist im Feindesland. Und die Idee ist recht simpel. Nämlich den Turm wegziehen und dann den Läufer nach E8 stellen und die Dame wegnehmen. Und das ist nicht leicht für Weiß, sich dagegen zu verteidigen. Die beste Chance, die er hat, wäre Läufer nach E3. Danach gibt es sich eine mehr oder weniger erzwungene Variante. Läufer schlägt E3, Turm schlägt E3, Turm nach E7. Wieder kann Läufer E8 nicht wirklich gestoppt werden. Deshalb muss Weiß gucken, dass er Material einsammelt für die Dame. B4, Läufer E8, Dame schlägt A8. Die Dame versucht sich so teuer zu verkaufen wie möglich. Und B schlägt C5 mit Turm und Springer für die Dame. Aber ob das genug ist, bin ich nicht völlig sicher. Nach D schlägt C5 wäre meine Theorie, dass die Stellung grob ausgeglichen ist. Aber ich hätte lieber Schwarz im Zweifelsfall. Also auch das eine vielversprechende Möglichkeit für Topperlauf nach Dame C6. Sowohl Läufer schlägt F2 als auch F6. Sahen stark aus. Er macht keine davon, sondern spielt den Zug Springer nach B3. Natürlich auch sehr logisch, um diesen Turm und den Läufer zu befragen. Aber ich vermute, dass Arland hier durchgeatmet haben wird. Weil jetzt hat seine Dame wenigstens einen Ausweg aus ihrem Dilemma und wird nicht mehr weggefangen auf C6. Arland spielt Turm nach B1. Und Topperlauf spielt Springer schlägt B1. Auch etwas überraschend, dass er diesen nicht besonders aktiven Läufer sofort freiwillig abtauscht. Es gab hier auch andere aktive Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt Läufer G6 zu spielen, den Bauern E4 aufs Korn zu nehmen. Wer weiß, den verteidigt mit Läufer D3. Kann Schwarz nachsetzen mit F5, versuchen die Stellung zu öffnen, von dieser Gegenüberstellung zu profitieren. Und die Lage wäre nach wie vor sehr, sehr kompliziert, aber durchaus akzeptabel für Schwarz. Daher überraschen sowohl der Zug Springer B3 als auch der Nachfolgezug Springer schlägt C1. Denn jetzt nach Turm B schlägt C1, was kam, hat Weiß erstmal einen Bauern mehr. Und Schwarz steht in der Beweispflicht, dass er dafür Kompensation kriegen wird, was nicht leicht ist. Er hat zwar aktive Läufer, aber er hat auch Bauernschwächen auf C7 und A6. Und Weiß hat genug Verteidigungsressourcen, um seinem König hier beizustehen. Es folgt der Turm nach B8 und sehr logisch versucht, diesen Turm zu aktivieren. Und Arnand hat mehrere Möglichkeiten, entscheidet sich aber für die gierigste, nämlich den Zug Dame schlägt A6. Alternativen wären zum Beispiel, den Bauern hier zu überdecken mit Turm nach C2. Oder auch Springer E3 zu spielen, um den Bauern C7 ins Visier zu nehmen. Aber Arnand denkt sich, was man hat, das hat man, schlägt den Bauern auf A6 und hat richtig berechnet, dass Schwarz keine gewaltige Initiative hier entfachen kann. Topolov versucht es natürlich, spielt jetzt den Zug Dame nach H4, greift F2 und E4 an. Sehr, sehr logisch, muss bedient werden. Das tut Arnand mit Turm nach C2, überdeckt F2 und bei Bedarf auch B2. Topolov muss natürlich jetzt am Ball bleiben, im Moment hat er zwei Bauern weniger, spielt Turmschlicht E4, holt sich einen der Bauern zurück. Und vielleicht hat er hier darauf spekuliert, dass Arnand schlagen muss und nach Turmschlicht E4 Dame schlägt E4, wird die schwarze Dame sehr, sehr aktiv, befragt diesen Turm, kann gegebenenfalls den Bauern D5 einsacken, so dass Schwarz voll im Spiel wäre. Aber Arnand spielt hier einen sehr, sehr starken und für mich jedenfalls nicht offensichtlichen Zug. Er stellt sich einfach mit dem Springer in den Weg, Springer nach E3. Was man ungern macht, weil er seinen eigenen Springer fesselt, und da dieser Turm dahinter steht, kann der Springer nicht mehr wegziehen. Aber es ist wichtiger, dem eigenen Turm auf C2 die C-Linie zu öffnen und gleichzeitig alle Drogen zu parieren. Schwarz hat hier nicht genug Ressourcen, um einen Angriff zu entfachen. Wenn Schwarz zum Beispiel Turm B8 spielt, was sehr logisch aussieht, kommt schon sehr kräftig Springer nach F5, greift diese Dame an und nach Dame F4, Turmschlicht E4, Dame schlägt E4, Springer schlägt D4, Dame schlägt D4. Hat die Lage sich vereinfacht und weiß, kann sich den nächsten Bauern schnappen und würde glatt auf Gewinn stehen. Es funktioniert also nicht, also musste Topperlauf hier umdisponieren, wird wahrscheinlich erkannt haben, dass sein Plan nicht ganz funktioniert hat und zieht sich kleinmütig mit der Dame zurück nach D8, um den Bauern C7 zu überdecken. Wonach Arnand ein Bauernmeer hat und eine sehr gute Stellung. Also es sieht alles gut aus für Vichy Arnand hier, aber die Partie ist noch nicht vorbei. Arnand greift zu Dame C4, ein weiterer sehr starker Zug, auch nicht offensichtlich, weil man ungern diese Gegenüberstellung hat. Aber Schwarz kann das nicht ausnutzen, Läufer schlägt E3, natürlich Dame schlägt E4 und nachdem in der Partie gespielten Zug, der sehr logisch aussieht, Läufer G6, um den Turm zu überdecken und damit Läufer schlägt E3 zu drohen, hat Arnand richtig berechnet, dass er jetzt Läufer nach D3 spielen kann, diesen Turm befragen und dass Schwarz keine gefährlichen Abzüge hat. Läufer schlägt E3, käme wieder Läufer schlägt E4, der Turm muss also weg, Verbindung halten zu seinem Läufer auf D4, geht daher nach F4 und Weiß vereinfacht die Stellung mit Läufer schlägt G6. Schwarz muss wahrscheinlich schweren Herzens zurückschlagen, H schlägt G6. Wenn er Läufer schlägt E3 spielen würde, hätte Weiß mehrere interessante Möglichkeiten. Am einfachsten ist, diesen Läufer zurückzuziehen, damit den Angriff zu parieren und sollte Schwarz dieses auch tun, Läufer C5, hätte Weiß jetzt auf einmal die Möglichkeit, mit Läufer schlägt H7 diesen Turm zu erobern. Funktioniert also alles nicht so richtig gut für Schwarz. Daher muss er auf Läufer schlägt G6, H schlägt G6 kommen, aber jetzt hat die Lage sich stabilisiert, Weiß hat einen Bauernmeer und eine sehr gute Stellung. Arnand macht wieder den besten Zug, den Zug G3, zwingt diesen Turm zurück nach E4 und jetzt greift er zu dem natürlichsten Zug, würde ich sagen, dem Zug A6, um seinen A-Freibauern möglichst schnell ins Rennen zu werfen. Es gab hier eine Computerlösung, die die Partie sofort entschieden hätte, die aber sehr schwer zu erkennen ist, dass der Zug Turm nach D1. Greift diesen Läufer an, der Läufer kann nicht ziehen, weil dann der Turm erobert werden würde. Der Zug, den man also machen muss mit Schwarz, der Zug Dame nach F6 und hier gibt es einen sehr, sehr gemeinen Zug, der aber absolut nicht offensichtlich ist, nämlich der Zug König nach G2, heimlich, still und leise. Das bereitet den Zug Springer G4 vor und nach Springer G4 hätte die schwarze Dame keine Möglichkeit, den Läufer auf D4 gedeckt zu halten. Wenn Weiße Vorgang ein G4 spielen würde, was aussieht als für das Materialgewinn, arierte Schwarz die Ripostedame F3, greift den Turm auf D1 an und nach Turmschlicht D4 geht es andersrum, Turm E1 Schach und der Weiße König wird erledigt. Das hätte die Partie also sofort entschieden. Aber man kann, Vichy, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass er nicht an Turm D1 nebst König G2 überlegt hat, zumal der Zug A6 seinen Vorteil durchaus am Leben hält. Aber jetzt wird Topalov sehr, sehr zäh, fängt an, sehr starke Züge zu machen, beginnend mit dem Zug Dame nach E8. Überdeckt zum einen den Turm, sorry, diesen Turm, so dass Läufer schlägt E3 wieder eine Drohung ist und gleichzeitig hält die Dame Ausschau nach Feldern wie A4, wo wir sie in sehr naher Zukunft antreffen werden. Weiß hätte hier gierig weiterspielen können mit Dame schlicht C7, sich die nächsten Bauern schnappen. Aber mich wundert nicht, dass Arnan das nicht getan hat mit leichter Aufkommen der Zeitnot hier möchte man sich nicht auf Geschichten einlassen wie diese, wo der eigene König etwas exponiert steht. Auch wenn der Computer sagt nach König H2, kein Grund zur Sorge, weiß steht auf Gewinn. Keine Überraschung, dass Arnan sich nicht darauf einlässt, aber er spielt einen etwas passiven Zug hier. Den Zug C E2 nimmt den Turm von der offenen Linie, um die schwarzen Drohungen zu parieren. Das ist zwar sehr clever, aber gibt Schwarz ein bisschen Leben wieder. Die Idee wird gewesen sein, dass auf Läufer schlicht E3, was auf den ersten Blick Material gewinnt, weil es die Dame angreift, aber Weiß einen Schritt weiter gedacht hat und Turm schlicht E3 spielt und auf Turm schlicht C4 käme Turm schlicht E8 mit völlig gewonnenem Endspiel. Läufer schlicht E3 geht also nicht. Arthopalov setzt richtig mit Läufer B6 fort, überdeckt diesen Bauern und hat zwar nach wie vor einen Bauern weniger, aber Weiß nicht mehr so aktiv. Daher ist Schwarz hier durchaus wieder im Spiel. Dame nach D3, Turm nach A8, behält den Bauern A6 im Blick, sodass der auch erstmal nirgends hingeht. Sorry. Und die Lage ist nicht mehr klar. Arnan spielt den Zug König G2, auch ein Zug, den man gerne spielt, von dieser Diagonale runter. Aber es erlaubt den Ausfall, Dame nach A4, zu dem Topalov auch greift. Gab auch hier Alternativen. Statt zu König G2 sagt der Computer zum Beispiel Züge wie B4, auf den man aber erstmal kommen muss. Keine Überraschung, dass das nicht geschah. König G2, Dame nach A4, greift den A6 an, aber nicht wirklich, weil die Dame auch noch den Turm auf E4 im Blick halten muss. Und das nutzt An- und Aus- und dem Zug B3, fragt die Dame, wohin des Weges. Jetzt hat Schwarz die Wahl. Er könnte hier Dame D4 spielen, der natürlichste Zug, und damit ein Endspiel anstreben, in dem er etwas schlechter steht. Dame schlicht D4, der Turm schlicht D4. Turm A2, und der Bau auf A6 bleibt am Leben, was Schwarzproblem bereitet. Aber trotzdem wäre noch ein langer Kampf vor uns. Ich bin nicht sicher, ob man diese Steuerung gewinnen kann. Na, Topalov macht es anders, wahrscheinlich schlauer sogar, spielt den Zug Turm D4, bietet damit indirekt den Darmtausch an, aber nur auf Kosten eines weißen Doppelbauern auf der A-Linie. An- und lässt sich darauf ein, spielt B, schlägt A4, was laut Computer nicht der beste Zug ist, aber wahrscheinlich wollte An- und hier die Sache etwas vereinfachen. Dame C2 ist, wie der Computer spielen möchte. Dann nach Dame schlägt A6 zum Angriff übergehen mit Springer nach F5. Pointe ist das G schlägt F5, nicht funktioniert wegen Turm E8 Schach. Sagen wir, Turm schlägt. Turm schlägt König H7 und Dame schlägt F5, und der schwarze König wird matt gesetzt. Auf einmal keine Freunde mehr um sich rum. Aber An- und geht in sein Spiel mit B schlägt A4, Turm schlägt D3. Jetzt hat er das Problem, dass der Bauer A6 nicht mehr zu halten ist, muss sich neue Trümpfe schaffen, aber das tut er sehr gut mit dem Zug. Springer nach C4, Turm schlägt A6, der A-Bauer ist weg, A ist schon der nächste, A5. Der Trick ist, dass dieser Bauer nicht geschlagen werden kann, weil nach Läufer schlägt A5, Turm A1 mit Fesselung geschieht, zum Beispiel Turm schlägt D5, Turm A2, und Weiß erobert den Läufer mit Gewinnstil. Daher muss der Läufer woanders hin nach A5, Topaller stellt ihn nach D4, was vielleicht ungenau ist. Vielleicht wäre es stärker gewesen, ihn nach C5 zu stellen, um dem Turm nicht die Sicht auf den Bauern D5 zu verwehren. Außerdem ist es schön, den Läufer auf einem gedeckten Feld zu haben. Und nach Läufer C5 sagt der Computer, Weiß hat immer noch ein bisschen Vorteil mit Schach nebsturm E7. Aber Schwarz sollte sehr gute Chancen haben, sich hier zu behaupten, nach Turm schlägt D5. Stattdessen ging der Läufer nach D4. Arnand macht das gleiche Manöver, Turm E8, Schach, König A7 und Turm E7. Und wir werden gleich sehen, dass dieser Läufer hier einen Unterschied macht. Zunächst schon deshalb, weil Schwarz sich nicht auf D5 bedienen kann. Topaller hat sich auf Turm nach C3 verlassen, um den starken weißen Springer zu befragen. Arnand zieht den Springer einfach weg, Springer D2. Das hier ist der 40. Zug, das heißt, beide Spieler waren in Zeitnot, haben damit die Zeitkontrolle, wollen die Zeitkontrolle schaffen. Springer nach D2 findet nicht den Segen des Computers. Der Computer plädiert für den Zug Turm E4. Wieder ein teuflischer Zug mit der Idee, Turm schlicht C4, Turm H4, Schach, Matt. So dass Schwarz auf Turm E4, F6 spielen müsste, um diese Drohung zu parieren, wonach der Springer erst mal stabilisiert werde. Und weiß sich auf Bauernjagd machen kann, zum Beispiel mit Turm F8, mit großem Vorteil, weil der F7 in der Stecken ist. Neuer Zug, der natürlich in Frage kommt, hier ist Turm schlicht C7. Auch mit weißem Vorteil, aber das erlaubt Turm C2 mit direktem Gegenspiel. Also keine Überraschung, dass Arnand sich hierauf nicht einlässt. Er spielt stattdessen, Sprenger D2 hat entschieden, okay, der Sprenger hat seinen Job gemacht am Damenflügel, ich möchte ihn jetzt zum Königsflügel bringen und mit ihm matt setzen. Am direktesten würde dies nach Turm schlicht A5 geschehen, Sprenger E4 mit Turm C2, Sprenger G5 Schach und der schwarze König wird erledigt. Im nächsten Zug kommt Turm H8 mit Schachmann. Egal, wo er hingeht. Weiterer Pluspunkt für Arnand ist, dass diese trickreiche Situation der 40. Zug ist. Topperloff also keine Zeit hat. Nach dem 40. kriegen beide Spieler wieder neue Bedenkzeit. Aber hier musste Topperloff schnell handeln und er begeht einen Fehler. Er spielt den Zug Turm nach C2, was den Sprenger auf sein Idealfeld E4 einlädt. Richtig wäre es gewesen, das radikal zu unterbinden, F5 zu spielen. Der Springer darf nicht nach E4. Wenn er diese Route wählt, um nach G5 zu kommen, könnte Schwarz sich mit Läufer F6 verteidigen. Der Läufer macht einen sehr guten Job, kontrolliert das Feld G5 und den schwachen Bauern auf G7. Und hier wäre Schwarz in nicht besonders großer Bedrängnis. Der Computer versucht nach F5 noch ein bisschen Druck zu machen mit dem Zug H4, um dieses Feld unter Kontrolle zu nehmen. Aber ob diese Lage für Weißso viel versprechend ist, nach Turm C2, Turm E2 zurück, sagen wir Läufer F6. Bin nicht sicher. Weiß behält ein bisschen Vorteil. Also hätte Topperloff spielen sollen und wahrscheinlich die Partie gehalten. Stattdessen spielt er Turm C2 und jetzt hat Arnan Zeit. Jetzt der 41. Zug ergreift zu Sprenger nach E4. Das wäre ihm nicht schwer gefallen sein. Droh wieder matt mit Sprenger G5, Nips, Sprenger F7. Topperloff hatte sich auf F6 verlassen, um das Feld G5 für den Sprenger zu nehmen. Aber Arnan jetzt nach langem Überlegen entdeckt den entscheidenden Zug. Ein Zug, den man relativ leicht verpassen kann von Weitem, aber brutal stark. Der Zug H4. Die Idee ist, der schwarze König sitzt ein bisschen im Verlies auf H7. Und wenn Weiß Zeit hätte, sich um diesen zu kümmern, könnte es schnell matt werden. Aber Schwarz hat die Möglichkeit, mit G5, König, G6 seinen König zu befreien. Und genau dagegen richtet sich der Zug H4. Denn jetzt kann G5 sehr, sehr häufig mit H5 beantwortet werden, was dem König das einzige Fluchtfeld G6 nimmt. Und nach H4 gibt es tatsächlich keine Rettung mehr für Schwarz. Er wird in allen Varianten matt gesetzt. Wovon Topperloff sich überzeugt. Er spielt den naheliegenden Zug Turmschlicht A5, versucht diesen Turm zu aktivieren, einen Bauern einzusacken. Aber hier geht es nicht mehr um Bauern. Hier geht es um König Heinrich VII. Und nach Turmschlicht A5 bleibt Arnan auf dem Gaspedal mit Turm F7. Mit dem simplen Plan Turm F8, Turm H8, Schachmatt. Gibt den Alternativplan Turm E7 und auf G7 schlagen. Aber die Hauptdrohung ist Turm F8. Und diese ist nicht zu parieren. Topperloff versucht sich noch, eine Fluchtroute zu bauen mit G5. Aber eben gegen diese Fluchtroute hat er sich ja H4 gerichtet. Schwarz spielt einfach H5. Lässt den König im Matt-Netz. Und es gibt keinen in drinnen mehr. Zum Beispiel Turm A2, Turm F8. Und nichts geht mehr. Topperloff versuchte noch. Turm schlägt F2. Springer schlägt F2. Turm A2. Und nachher immerhin nicht direkt Matt gesetzt wird. Aber jetzt hat er eine Qualität weniger. Wann hat er einen Turm weniger. Er wird den Springer auf F2 zurückgewinnen. Und seinem König geht es auch noch nicht deutlich besser. Es folgte Turm F8. Wieder Mitte Drohung. Turm H8, Schachmatt. Turm schlägt F2. König nach H3. Und wir sehen, dass Schwarz hier sehr teuer freikaufen muss. G6 zum Beispiel würde sofort zu Matt führen. Turm F7, König H6, Turm H8. Geht also nicht. Topperloff versuchte daher noch G4, Schach. König schlägt G4 und F5, Schach. In der Hoffnung darauf, dass der weiße König weggeht. Wonach Schwarz wieder eine Route hätte mit seinem König, um freizukommen. Aber Arnand hat Material mehr und kann sich hier leisten, einfach den nächsten Bauern einfach auch noch wegzunehmen mit Turm schlägt F5. Jetzt hat die Lage sich geklärt. Weiß hat eine glatte Qualität mehr. Das Endspiel nach Turm schlägt F5. König schlägt F5. Ist absolut hoffnungslos für Schwarz. Beispiel einfach G4. Stürzt sich auf den Bauern C7 und wird in Kürze gewinnen. Den Turmtausch zu vermeiden mit, sagen wir, Turm D2 ist ebenso hoffnungslos, weil weiß Turm F8 spielt wieder mit den bekannten Mattdrohungen. Die Schwarz nur unter sehr großem Materialverlust und auch nur kurzfristig parieren kann mit G6. Turm F7, Schach. Läufer G7. Und hier gewinnt schon alles am einfachsten. Turm E7, nebst Turm schlägt G7. Daher gab Topalov sich nach Turm schlägt F5 geschlagen. Und das bedeutet, dass Vichy Arnand die erste Gewinnpartie beim Kandidatenturnier 2016 einfährt, die Führung übernimmt. und vielleicht ist er damit schon auf dem Weg, wie 2014, sich wieder für ein Match gegen Magnus Carlsen zu qualifizieren. Aber es ist natürlich noch früh im Turnier, es bleiben noch 13 Runden zu spielen. Trotzdem ein sehr guter Start für Vichy Arnand, den viele gerne abschreiben nach schlechteren Ergebnissen, wie früher dieses Jahr in Gibraltar hat er wieder einmal bewiesen, dass mit ihm noch zu rechnen ist und schlägt den immer wahnsinnig starken Veslin Topalov in der ersten Runde. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.